Jo Freunde und was geht und willkommen zu dem Spiel, das wir alle so sehnsüchtig bzw. ich so sehnsüchtig erwartet habe, nämlich Lost Ark. Und ja, diese Folge kommt ein bisschen später. Ich habe den Release voll verpennt, denn eigentlich sollte das Spiel am 11.2. erst released werden. Ja, wir haben jetzt den 10.2., wenn die Folge online kommt und zwei Tage vorher kam das Spiel schon raus. Ja, ich habe gerade so Spoilerwarnung. Halte die Ohren zu, wenn ihr es nicht hören wollt. Aber ich habe gerade die letzte Folge von Mortal Online 2 aufgenommen, als ich danach gecheckt habe, dass Lost Ark jetzt mittlerweile spielbar ist. Ja, danach war es halt, keine Ahnung, zwei Uhr nachts und so und ich hatte keinen Bock mehr eine Folge aufzunehmen. Sonst wäre ich schon einen Tag früher gekommen, aber ich habe es halt verpeilt. Ich wusste davon nichts. Eventuell viele von euch auch, aber jetzt sind wir endlich im Game. Jetzt sind wir dabei. Jetzt habe ich hier voll Bock drauf, hier voll durchzustarten. Und ja, die erste Folge zieht sich ja immer so ein bisschen mit Charaktererstellung, sich erstmal reinfinden und was weiß ich. Deswegen liegen wir jetzt hier gleich los. Wir starten auf dem Server Slam. Das ist einer von drei, die momentan relativ gut sind vom Status. Man kann sich den Namen gut merken. Slam. Und ja, falls wir irgendwann in die Bredouille kommen, dass wir bei einer Quest sind, die wir nicht alleine schaffen können. Leute, ihr wisst Bescheid, Server Slam kommt da drauf, wenn ihr eventuell Bock habt, mit mir irgendwelche Dungeons oder Quests oder sonst was zu machen. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir nicht allzu lange hier alles solo machen können. So, so Teilzeit, let's play together quasi. Aber okay, wir gehen jetzt rein, betreten. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Ich hype dieses Spiel schon seit Ewigkeiten. Und ich wollte mir halt nicht den Spaß versauen und schon auf den koreanischen oder, nee, russischen Serverwarns zu spielen. So, aber jetzt müssen wir uns hier erstmal reinfinden. Vorschau, fortgeschritten, Geschichte ansehen. Was ist denn das hier? Vorschau, Berserker. Pistolen-Lancer. Palladin. Ja, okay, scheiß drauf. Ich will den Berserker. Wenn. Berserker ist gut. Geschichte ansehen. Schauen wir uns die mal an. Vielleicht haben wir jetzt was zu gucken. Jawohl, ich bin weg, Leute. Wir sehen uns das zusammen an. In aller Ruhe. Schuhscheier war gefroren durch die Macht von Sirius. Ein Gefängnis aus Eis, um die Flammen-Dämonen zu... Ha, Sirius, Grüße gehen raus. Du weißt Bescheid, falls du das hier siehst. Doch im Eis begannen sich Risse zu bilden. Fürst Sirius befahl uns, den Frostkrieger zu finden, um gegen die zurückkehrenden Dämonen zu kämpfen. Wir haben dich gefunden. Den Helden der Arena. Du hast dich in diesem Kolosseum aus Schmerz und Tod bewiesen. Nur du hattest die Kraft, Schuhscheier vor dem Chaos zu retten. Wieder erwacht, verstärkten die Dämonen bald ihre Truppen mit den Toten. Man musste sie aufhalten. Ich habe meine Rache tausend Jahre geplant. Nur um zerstört zu werden von diesem kleinen... Du hast all unsere Erwartungen übertroffen. Aber unserer Welt droht noch eine größere Gefahr. Folge dem Pfad des Lichts. Nutze deine Stärke und vertreibe die Dunkelheit aus dieser Welt. Jo Freunde, ihr seht, wir sind ein Typ, der scheinbar schon den Endboss aus einem nicht existenten Spiel besiegt hat. Jetzt sind wir ultra krass, aber es gibt noch einen noch, noch viel ultra krasseren Gegner, den wir jetzt besiegen müssen. So wie ich das verstanden habe. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. So, wie gehen wir an die Charaktererstellung? Eine Klasse wählen. Krieger, Magierin. Ja okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, die erste Folge wird so ein bisschen... Ja, wir starten jetzt hier ganz entspannt in diese Folge. Falls euch das jetzt noch nicht so ganz interessiert, Mortal Online 2 gibt ja noch ein paar Folgen. Wird auch separat zusätzlich erscheinen. Könnt ihr euch dann angucken, falls euch das hier nicht interessiert. Aber eventuell für dumme Sprüche und sowas bin ich immer zu haben. Ja, könnt ihr auch gerne dranbleiben, wäre cool. So, jetzt gucken wir nochmal Krieger. Den haben wir nicht gesehen. Allein schon diese Sequenz hat mich schon mitgenommen. Aber wir gucken nochmal weiter. Kampfkünstlerin. Ja okay, die hat kein fettes Schwert. Ein fettes Schwert ist schon... Wäre schon ganz gut. Achso, wir können... Okay, männlich, weiblich. Fehlt nur noch Divers. Was bist du? Du bist ein Jackie Chan Jet Li-Verschnitt oder was? Ja doch, er... Wie heißt der gute Typ? Bruce Lee! Ein moderner Bruce Lee? Kanonier. Okay, Kanonier finde ich ehrlich gesagt lame. Aber wir gucken uns trotzdem nochmal die weibliche Version an. Die halt extrem viel krasser aussieht als der männliche Part. Gut, kann auch daran liegen, dass ich ein Mann bin und einfach das Ganze hier relativ sexy finde. Aber, ja... Das diskutieren wir woanders da. Okay, nice. Assassin. Okay, krass. Jetzt bin ich übelst zwiegespalten. Ja okay, die Frau ist auch wieder so ein Eyecatcher. Ich mag ja diesen dunklen, düsteren Look und sowas. Und gerade wenn das bei Frauen so angesagt ist und sowas. Aber Assassin und Krieger. Das wäre jetzt halt wirklich so ein Ding, wo ich mir echt überlege, welches nehmen wir? Ich glaube, da muss ich mir auch einen Moment Zeit nehmen, um mir jetzt hier wirklich Gedanken zu machen. Denn ich glaube, es ist... Es ist wichtig. Ich würde schon fast wirklich Assassine nehmen. Also wenn die Optik hier so stimmt, dann... Perfekter Spielcharakter. Ich nehme Assassine. Fertig. Schwierigkeitsgrad. Assassine... Ah, es gibt... Okay. Assassinen verfügen über verheerende dämonische Kräfte. Sind flink und setzen zielgerichtet Angriffe ein. Angriff, Geschicklichkeit sind die Basics. Radius des Flächenschadens ist geringer. Unterstützung ist auch gering. Verteidigung auch. Was macht denn der Krieger? Okay, der kann sich gut verteidigen. Unterstützen ein bisschen. Radius des Flächenschadens. Uff. Angriffsschein und Geschicklichkeit ist halt bei dem... Was? Angriffskraft ist beim Krieger geringer? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Weil Assassinen ist ja eher so Meuschelmörder-mäßig unterwegs. Ähm. Ich würde echt sagen, mein favorite Charakter ist hier Assassinen. Den nehmen wir jetzt auch. Punkt. Fertig. Aus. Wir bleiben erst bei dem Assassinen. So, die Figur können wir jetzt auch bestimmt wahllos anpassen. Outfits. Outfits sind immer gut. Wobei das erste sieht schon richtig fresh aus. Ähm. Ja, ich... Jo. Ich sehe zwar nicht danach aus, aber ich mag diesen düsteren Gothic-Style und sowas. Keine Ahnung. Ich habe da ein Fable für. Aber wir gucken mal weiter. Wow. Okay. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Ja gut. Ich sage am besten gar nichts dazu. Äh. Das ist mir hier... Ich weiß nicht. Boah. Okay. Für einen Assassinen komplett in Weiß. Aber für die Comic-Fans unter euch, das erinnert mich an das Marvel-Comic Moon Knight. Kennt ihr Moon Knight, der Typ, der komplett in einem weißen Kampfanzug unterwegs ist? Ja, ist ein Unikat. Keiner läuft in Weiß rum außer Moon Knight und sowas. Finde ich aber auch ganz cool. Soll ich glaube ich jetzt demnächst eine Netflix-Serie oder sowas dazu kommen, feiere ich eigentlich. Und das ist zu heavy. Da finde ich das hier eigentlich dezent cool. Ich meine, man sieht hier noch so ein bisschen den interessanten Part. Ja gut, das sieht mir schon wieder... Ja, es wirkt interessant. Der Rock hätte länger sein können. Weil man aber drunter halt nicht allzu viel mehr sieht. Aber ich bleib bei dem hier. Emote-Handlung. Was ist das hier? Oh nein. Was ist das? Das ist gar nichts. Okay, wir knien vor jemanden. Okay, also da nimmt die Rolle des Assassin schon wieder so ein ganz anderes Bild für mich ein. Denn ja, ich weiß nicht. Leute, macht euch einfach selber Gedanken drüber, was ich meine. Oh Gott. Das verknüpfen wir mal hier. Popstar. Popstar in Gothic. Oh, ich habe Spaß mit sowas. Ihr merkt schon. So, aber ich würde dann echt hier eher so dieses Ehrenvolle auf die Knie gehen wählen. Speicherte Anpassung. Hintergrund auswählen. Was für ein Hintergrund? Achso, okay. Ja, ich glaube der Hintergrund ist nicht relevant für uns. So, Voreinstellungen. Achso, jetzt können wir den Kanten nochmal hier komplett anpassen. Boah, das sieht nice aus. So richtig düster Dark. Na, das hat auch was. Na, das nicht. Okay, ja, ich glaube ich habe aber schon mein Favourite direkt am Anfang gefunden. Oh, so rote Haare sind auch geil. Na, das passt nicht. So, wir klicken uns einfach mal durch. Oh Leute, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr jetzt hier ein auf Action getrimptes Let's Play erwartet. Nein, muss ich euch enttäuschen. Also je nachdem wie das Spiel wird und sowas. Könnte schon passieren. Aber ich will das hier jetzt, also ich spiele das Ganze blind. Ich will das Ganze hier genießen. Und das am besten mit euch zusammen. Ich hoffe ihr feiert es einfach mit mir gemeinsam. Diesen Weg durch Lost Ark ganz normal zusammen durchzuspielen. Mit ein paar dummen Sprüchen am Start. Mit ein bisschen, vielleicht lockere Heiterkeit und sowas. Keine Ahnung. Vielleicht auch diverse Let's Play Together. Wie ich schon angekündigt habe, dass man vielleicht auch mal zwischendurch so mit anderen Spielern irgendwie eine große Quest anfängt oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir das sogar als Livestream. Ich weiß es nicht. Aber es wird hier. Wir erkunden das Spiel gemeinsam zusammen. Und ich hoffe ihr habt allen Spaß dabei. So. Ich bin für den Char. Oder was war das? Na, ich mag das lieber dunkel. So. Wir sind ein komplett dunkler Charakter. So. Also zweites Standard. Ich merke halt fast keinen Unterschied mit dem Face. Nehmen wir das. Das sieht ein bisschen fieser aus. Oder wie sieht denn das hier aus? Ne, nehmen wir das. Okay. Haarfrisur. Können wir eigentlich so lassen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und so, die Augen. Ja, also werden wir wahrscheinlich eh nie sehen. Ähm, das hier Make-up. Make-up und Stil ändern. Braun, Augen, Wangen, transparent. Bla, bla, bla. Äh, Stimme. Ja, ist die Stimme so wichtig? Ich glaube ja nicht. Änderung anwenden. Leute, seid ihr zufrieden mit meinem Charakter? Ich werde es wahrscheinlich erst nachdreht nicht erfahren. Ich hoffe ihr seid zufrieden. Und wir gehen einfach mal rein ins Spiel. Änderung anwenden. Let's go. So, Name eingeben. Noch nicht let's go. Wir nennen uns, auch wenn es unpassenderweise ein Mensch der Name ist. Aber könnte auch divers sein. Alpha Dex. Halt, ich will das X groß. Ganz wichtig. Ey, ich will das X groß. Warum? Ich kriege das X nicht groß. Verdammt. Die trollen mich. Alles. Ah ne, das Dex geht auch nicht groß. Okay. Alt. Ah. Komplette Schreifehler. Dex. Kriege ich jetzt das X groß? Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber okay. Wir nennen uns einfach Dex. Punkt. Das Alpha ist ja nur so ein Beiname und sowas. Ihr wisst Bescheid. Wir sind ja Dex in dem Spiel. Wir spielen eine weibliche Assassine. Die ziemlich heiß aussieht. So, by the way. Und ja, Leute. Let's go. Donnerlich. Let's go. Charakter Name bestätigen. Diesen Namen als deinen Charakter nach verwenden. Charakter Name Dex. Und let's go. Ja, Leute. Wohlgemerkt. Dex mit kleinem X. Ausnahmsweise. Ihr wisst aber Bescheid. Ich bin trotzdem immer noch euer Dex. So. Also. Wir haben was Power Pass verfügbar. Jo. Keine Ahnung. Power Pass brauchen wir erstmal nicht. Keine Ahnung. Werde mich irgendwann separat damit beschäftigen. Was das jetzt ist. Wir starten. Wir wollen starten. Was aussehen? Änderungen? Namen Änderungen? Charakter löschen? Nein. Wollen wir nicht. Wir starten. So. Steuereinstellung. Du kannst eine Steuereinstellung später unter Einstellungen. Blablabla. Angriff mit Linksklick. Angriff mit Rechtsklick. Ähm. Ja. Links. Links bleiben wir. Und ja. Weitestgehend lassen wir das jetzt so. So. Wir starten einfach mal. Vielleicht können wir das im Nachhinein noch ändern. Falls irgendwas nicht passt. Was haben wir denn hier? Einstellung für Unterstützung bei Lichtempfindlichkeit. Lichtempfindlichkeitsmodus. Verringert im Kampf und allen Sequenzen. Blitzer und andere visuelle Effekte. Kann in Einstellung aktiviert. Beziehungsweise deaktiviert werden. Standardmodus. List. List. Ja. Lichtempfindlichkeitsmodus. Ne. Wir machen Standard. Wir wollen ja hier alles sehen. Zwischensequenzen halten. Blicken. Flackende. Ja. Blablabla. Machen wir einfach. Passt schon. Wenn einer Beschwerden hat. Unten in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Trixion. Szenario. König Lutera reiste mit der Hilfe der Lasseniv nach Trixion und traf dort Beatrice. Yo Beatrice. Was geht ab? So. Wir warten kurz auf den Ladebildschirm. So. Was erwartet uns. Okay. Zwischenzug. Gäste spürt weg. Wir sind die Delane. Hör die Stimme. Die Stimme ruft mich. Deine letzte Mission war erfolgreich. Du stelltest dich erfolgreich der Dunkelheit. Doch du gabst niemals klein bei. Du überwandest deine innere Dunkelheit und beschütztest dein wahres Selbst. Was bedeutet das die Zeit für eine neue Mission gekommen ist. Avesta begibt dich zum Licht und finde die Stärke um eine Welt zu beschützen die dich verachtet. Und da sind wir auch in der Spielwelt Trixion. So. Ich muss mich jetzt erst mal hier rein finden wie die ganze Steuerung hier funktioniert. Ah ok. Mit rechtsklick bewegen wir uns. Mit linksklick hauen wir zu. So. Zieh war ja auch nochmal. Ok. Zieh und linke Maustaste sind quasi das gleiche. So. An die Steuerung musste ich mich erst mal gewöhnen. Dieses Klicken. Das bin ich jetzt nicht so gewohnt aus meinen bisherigen Spielen. Aber ok. Und das erinnert mich. Ah. Wer kennt die Marvel Serie Thor? Dieser. Dieser eine Weg. Keine Ahnung. Diese Lichtbrücke. Ich weiß es nicht. So. Wir laufen automatisch. Ich glaube ich muss nichts mehr machen. Die Mächte des Chaos sind erneut auf dem Vormarsch. Die Archen haben einst die Welt vor den Dämonen gerettet. Wir brauchen sie erneut. Versuch den Folianten der Prophezeiung zu öffnen. Er wird den Weg weisen, den dein Schicksal für dich bereithält. Ok. Wissen wir Bescheid. Wir müssen hier die dicke Bibel lesen, damit wir jetzt hier Ultrakast werden. Mit einem Objekt interagieren auf G. So. Wähle deine fortgeschrittene Klasse öfft. Was Todesklinge oder Schattenjägerin. Die Todesklinge führt drei Schwerter auf einmal. Oh nice. Ja. One Piece lässt grüßen. Zorro oder was. Die Schattenjägerin setzt eine scharfe Dämonenwaffe ein. Ja das ist halt eine Frage. Eine scharfe Dämonenwaffe ein. Das wird wahrscheinlich sowas wie eine größere Waffe sein. Und Todesklinge mit drei Waffen. Oh nein. Halt. Achso. Wir können Informationen uns suchen. Ok. Ich habe gedacht. Ich hätte aussehen schon mich entschieden. Greife Gegner an und erzeuge Todeskugeln. Drücke Y, um die Todes-Trance zu aktivieren und so mächtige Fertigkeiten einzustellen. Vorschau. Wir gucken uns das mal an. Ok. Sieht schon heavy aus. Yo. Wir gucken uns die Schattenjägerin an. Wirkt halt deutlich kräftiger. Alter. Ok. Ist genommen. Ist gebongt. Wir sind die Schattenjägerin. So. AKR. Keine Ahnung. Beweglichkeit. Verteidigung. Blablabla. Yo. Klassentester. Durch den Akraff auf Gegner füllt sich dein Schatten... Yo. Klassentester. Keine Ahnung. Stufe. Ja. Haben wir genommen. Standardangriff. C. Drücke C oder linker Maustaste und ja, mach irgendwas. Klassenidentität. Durch den Angriff auf Gegner fühlt sich... Ja, das seht ihr hier gerade nicht. Das ist hinter mir. So. Können wir aber fixen. So. Damit wir hier ordentlich mal lesen können. Durch den Angriff auf Gegner fühlt sich deine Schatten... Was? Schattenberst anzeige. Drücke Y, sobald sie voll ist, um dich in einen Dämon zu verwandeln. Oh, nice. Das heißt, wir können hier Dämonen-Power machen. So. Ich bin mal wieder back auf meiner Position, damit ihr hier nichts verpasst. Wir werden das noch im Laufe des Let's Plays vielleicht ändern. Meine Position hier auf da. 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 Ist immer schwer zu zeigen. Da. Genau da. Je nachdem, wie die Anzeigen sind, damit ihr hier auch genug sehen könnt. So. Wir können Monster beschwören. Oh, krass. Oh, die hauen mich. Okay. Achso, wir können testen. Ah, verstehe. Die Monster sind nicht da, um uns zu supporten. Die sind hier da, um uns... Äh, ein bisschen... Äh, ein bisschen... Ah, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Nice. Okay. Okay. Wir... Brechen mal das Beschwören ab. Äh, so ganz easy. So, ich würde nämlich ganz hell wie den Boss mal beschwören. Da ist er. Stirb. Stirb. Irgendwie. So, okay. Ich muss sagen... Warum geht denn das? Achso, wir haben Cooldown überall. Oh, ist schon ein bisschen härter, auf jeden Fall. Alter, der gibt uns gerade voll aufs Maul. Okay, wir haben ihn. Oh, nice. Ja, wir brechen mal die Beschwörung ab, ganz schnell. Ähm... Ja, ist halt ein Kampfsystem. Ihr seht's hier unten, äh, dass man mit den gewissen Tasten hier Fertigkeiten auswählen muss. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich... Jetzt... Keine Art von Spiel, die ich bisher in meinem kompletten Leben jemals gespielt habe. Aber ich hab trotzdem voll Bock drauf. Ich bin gespannt, ob wir das Ganze gemeistert bekommen. Also, nicht denken, ich wäre jetzt hier der Vollprofi mit diesen ganzen Tasten und sowas. Oder könnt ihr jetzt einschätzen, was hier am meisten Sinn macht. Und so. Also, ich werd's lernen. Ich werd mir Mühe geben. Ihr werdet's mit mir zusammen sehen. Ähm... Und, ja, selbst wenn ich verkacke, ist ja umso lustiger im Prinzip. Andere Klasse probieren. Test beenden. Ja, wir... Nach der Testzeit wählst du eine fortgeschrittene Klasse. Möchtest du... Ja. Wir bleiben jetzt hier in dieser Klasse. So, dann müssen wir wahrscheinlich hin. Bestimm dein Schicksal selbst. Ja, wir haben uns für Schattenjägerin entschieden. Dies ist mein Schicksal. Ich muss darüber nachdenken. Ja, dies ist unser Schicksal, Leute. Das ist auch ein guter Titel für die Folge. Dies ist unser Schicksal. Punkt. Wir haben uns entschieden. Wir sind ultra krass. Ich muss mal ganz kurz weg hier. Jo. Ihr wisst Bescheid, wer meine alten Folgen kennt. Der weiß, das war gerade ein Subnail-Effekt. Ähm, ja. Äh, ich versuche immer Ingame-Thumbnails zu machen. Ist cooler als jetzt irgendwelche random Bilder und so. Ich könnte mir zwar die Arbeit machen, da irgendwelche selbst zu gestalten, aber die Zeit habe ich leider nicht. Deswegen versuche ich immer gute Szenen hier rauszuholen. So, da ist eben so ein Engeltyp. Wahrscheinlich der oder die von vorhin mit der schnacken wir jetzt mal. Los, deinen gewählten Pfad segnen. Dankeschön. So. Quest. Wo muss ich klicken? Hier, Kreuzung des Schicksals. Also, G. Die Mächte der Dunkelheit werden immer stärker. Och, diese verdammten Mächte der Dunkelheit. Immer wieder der gleiche Scheiß. Man hört es an jeder Ecke. Aber verzage nicht, mein Kind. Die Zukunft ist noch nicht entschieden. Ja, ich hoffe es nicht. Folge deinem Schicksal. Okay. Kreuzung des Schicksals. Ich konnte es nicht mehr lesen. So. Da müssen wir hin. Echt jetzt? Oh nein. Ich fühle mich maßlosig überfordert. Ich halte den Punkt nicht mehr Stand, Leute. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Also zumindest weiß jetzt jeder auf dieser Welt, dass wir gerade hierher kommen. Alte Freunde treffen. Nach 500 Jahren des Wartens. Rufen uns die Sterne des Schicksals. Sterne des... Der Hoppels. Das was? Komm wieder zurück, du alter Kauz. Sehe ich jetzt richtig? Wir sind irgendeine prophezeite Persönlichkeit, die jetzt hier gerade auf ultra krasse Weise in die Welt rein droppt. Und jeder das mitbekommt. Und jeder denkt so, wow, der Erlöser ist wieder da. Kann das sein? Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht. Wir werden es noch mitbekommen. Beeilt euch hier Anfänger. Wir sind hier. Okay, wir stehen auf meinem Schiff. Nice. Auf dem Weg in eine neue Heimat. Lost Ark geht los, meine Freunde. Jawohl, wir sind offiziell dabei. Puh, ich bin so gehypt. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie gehypt ich bin. Ich habe so Bock. Und ja, sorry, dass ich das Husten jetzt hier nicht rausgeschnitten habe. Ich wollte jetzt die Szene hier nicht zerstören. Ansonsten würde ich mir... Ich huste öfters. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das schneide ich in der Regel raus, aber... Ja. Los, bring deine Sachen. Ride home kommt gleich. Also steig bitte noch nicht aus. Oh. Verstehe. Wir genießen jetzt einfach kurz diese Szene. Und gut. Dann mal los. Aber das sind nicht alles Spieler, oder? Endlich. Bist du hier. Nee, ich glaube nicht. Mit dem Typen auf dem Schiff können wir nicht reden. Scheinbar nein. Und ja, Leute. Damit, auch wenn wir nichts erreicht haben, beenden wir diese Folge. Im besten Fall kommt heute im Laufe des Abends noch eine weitere Folge, in der wir jetzt das Let's Play richtig anfangen. Aber ich finde so als kleiner Stimmungsmacher, als erste Folge, gerade so für den Einstieg, war das jetzt eigentlich relativ gut. Und in der nächsten Folge werden wir hier jetzt komplett in das Game eintauchen, das Aufsaugen, das Aufsuchten, keine Ahnung was. Aber wir werden auf jeden Fall einiges hier zu sehen bekommen. Da bin ich mir sicher. Und wenn es euch jetzt hier schon gefallen hat, wenn das Let's Play oder die Folge, das Intro euch schon komplett abgeholt hat und auch meine dummen Kommentare und Gelaber und sowas eben feiert, dann drückt doch einfach mal den Daumen nach oben, drückt den Abo-Button hier irgendwie hier hinten und sowas. Und lasst die Glocke läuten, damit ihr diese Folgen hier nicht mehr verpasst, denn ich gehe mal von aus, Lost Ark wird jetzt eine längere Zeit auf meinem Kanal erscheinen. Und ja, ich freue mich schon riesig drauf. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Und ja, ich bin schon extrem gespannt auf die zweite Folge. Mir fehlen die Worte. Leute, das Spiel ist endlich draußen. Wir können loslegen. Deswegen, das Ganze anfangs pipapo hat mich schon mitgenommen. Extrem, ich hoffe euch auch. Und ja, bis zur nächsten Folge, Leute, bevor ich jetzt hier noch ewig labere. Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Dex, haut rein.